Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Firefox OS auf Aktualisierung prüfen. Für die Systemaktualisierung von Firefox OS ist der Gerätehersteller verantwortlich. Die Suche nach Aktualisierung finden Sie bei den Einstellungen unter Geräteinformationen im Bereich Gerät. Es wird entweder täglich, wöchentlich oder monatlich automatisch nach Updates gesucht. Ebenso können Sie manuell die Suche nach Aktualisierung starten, indem Sie auf Jetzt suchen tippen. Gibt es ein Update, wird dies per Nachricht signalisiert. Tippen Sie einfach auf die Nachricht, um das Update herunterzuladen und die Installation in Gang zu setzen. Das war dieser Paul von OpenScreencast. Tschau und viel Glück!